Hallo, hier ist der Andreas von eSurfer, live von der Messe in Düsseldorf und neben mir sind die beiden Gründer von Aerofoils, der Franz und der Chris und ich glaube, die haben was Neues mitgebracht. Franz, was meinst du? Ja, hi Andreas, schön, dass du da bist. Wir sind ja letztes Jahr mit dem weltweit ersten Chat gestartet und sind jetzt mega stolz, heute ein Board mitgebracht zu haben, ein neues Board. Zwei Größen hatten wir ja schon und Chris wird euch jetzt erzählen, was es Neues gibt. Super, da freuen wir uns drauf. Hier seht ihr unser neues Competition Board. Letztes Jahr sind wir gestartet mit unserem Adventure mit 100 Litern, dann kam das Performance Board mit 80 Litern und jetzt unser Competition Board mit unter 70 Litern für den ambitionierten Fahrer. Wir haben den Shape optimiert, einmal die Outline und die Rails, um gut carven zu können. Dann haben wir mehr Volumen in die Spitze gepackt, den Rocker erhöht, um gut durch die Wellen zu schneiden und zu guter Letzt haben wir noch den Boden optimiert, dass man beim Touchdown weniger Widerstand spürt mit einer speziellen Form. Unser Adventure Board hier drüben ist am besten geeignet für Anfänger oder wenn man Family & Friends ausprobieren lassen möchte und für schwere Fahrer. Wenn man es etwas sportlicher haben will, dann empfehle ich unser Performance Board mit einem Fahrergewicht bis zu 95 Kilo und für die, die es ein bisschen extremer haben wollen, ist natürlich das Competition Board das best geeignetste. Zusammen mit den drei verschiedenen Bordgrößen haben wir auch vier verschiedene Flügelgrößen, die man mit den Boards kombinieren kann und so ist für jeden Fahrer was dabei und Mitte des Jahres kommen noch weitere Flügel dazu.